und herzlich willkommen zu einer neuen folge wie heißt das spiel factory game da wird das morgen weiß weiß ich jetzt nicht und ja wenn so fällt das kann ein like und eine abo ja lass uns live und ein abo ja und keine weiter folgen zu verpasst warum eine folge zaubern habe ich doch schon gemacht ganz so aufpassen dass nicht voll wird ist glaube ich schon oder nicht ja dann musst du es rausnehmen ja ist schon gelb ist an der leuchte wenn es gelb ist es voll ja muss hoch sind nicht am arbeiten ui guck ja Ups. Na, ob er da. Weißt du, was er gesagt hat? Ja, nicht ganz. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat er gekannt. Ja. War wohl nichts, hä? Ich hab mich gefreut, weißt du? Ja. Mitgefangen, mitgehangen. Ja. Ah ja. Oh Da ist auch noch was neu dazubekommen Das war doch letztes mal nicht so besser Sehr geil Und hast du schon mal geguckt auf diese Wettseite? Ne Bei Pornhub? Mensch Ganz oben rechts Ne Ne Auch noch ein anderes Bildgesicht Wovon? Das war wegen Just Play Das ist ein Dreck Bei anderen Handy Gings komisch, weil es ja Ich gelbi Und ich hab blau Ich weiß schon, wenn ich nehme Der Böse Wicht Ach schade Problem mit Gesichtserkennung Jetzt hab ich was bekommen Ich hab auch noch geschafft bekommen Wir sind die Einführung ab Kann ich dich als Gesicht nehmen, Baby? Was meinst du? Kann ich dich als Gesicht nehmen? Hy so wird nur platten erstellen oder was machen wir nicht maschinell oder haben wir noch nicht so viel 3d gesicht wird hochgeladen schmerz und konstrukte haben würde auch können wir machen ja sonst noch nichts spielen auch meine platten erstellen maschinell geht auch mit dem schulz runter diesen konstruktoren aus der reisen platten zaubert ich hoffe nicht die eisen platten und versteigte eisen platten ach so um den zu bauen oder was dafür eine platte und frau Und für Schrauben brauchen wir einen Stang. Kann ich dir herstellen oder? Kann ich auch machen. Mach das jetzt mal Platten. Ach Biomasse kann ich auch herstellen. Ja, dann mach Biomasse. Bing. Wie kommst du auf Bing? Ach nur so. Fertsch. So, was soll ich jetzt herstellen? Ach so, hier. Platten, ne? Mhm. Das kann ein bisschen dauern, das sind 400 Stück. Auch kein Problem, hab zwei. Hab doch schon verstärkt da ist die Platte. Da bin ich ein Schritt schon bevor. Wir brauchen E-Platten, wir brauchen ja auch Stangen. Auch ein Kabel. Und vorher brauchen wir Beton wieder. Hab ich ja. 100 Stück? 200? Mhm. Wird auch automatisch hergestellt. Warte. Und dann fällt der Strom gleich aus. Katsch. Könnte sein. Au. Wow. Heißenplatte. Hm. Wow. Könnte ja welche machen, aber... Kann nur eins machen. Ja. Wachen. Platten. Stangen. Schrauben. Ja. Kupfer. Ums. Alter, war das laute, ey. Hab mich erschreckt, ey. Patsch. Ach so, wenn ich da drin ist. Wollte ich was geben? Absolut. Mhm. Aber was freifalten? Hast du eine Rungenschaft dafür? Mhm. Hast du eine Rungenschaft dafür? Ja. Kann man die Sicherung wieder reindrücken? Ja. Ich will auch, hm. Was? Was? Was ist hier? Muss ich hier auch reindrücken? Patsch. Aber ich hab'n Fehler gemacht. Gibt dir hier sicher wo raus, oder? Nee. Wie viel haben wir? Warte? Kann ich gleich nachgucken. Hm. das dauert ihn noch ein bisschen hier wir haben maximal verbrauch 18 die linie da hinten hinten den schlauch ist meine farbe jetzt aber wenn so eins und so dass die automatische maschinen aus der farbpalette dann könnt ihr durch das standard orange und blau wechseln dann hast du die ganze zeit blau weißt du mal die x-taste geht das überhaupt noch ich glaube schon ja das ist doch fast das kann sein hat mich freigeschaltet konstruieren den dings kasten meiner kann mich dann muss das freischalten mit dem fixe job es knallt immer so laut verbrauchen so viel stromerzeuger oder die massegenerator oder sowas kann es ja bei uns in not machen wir noch was mit zwei einschalten auch nur auf dich das macht kann ich auch hier machen auch nö du kriegst keine doch wir haben ja kapazität von 40 werden dort 20 gehabt ja maschinen frisst vier strom essen was soll ich jetzt gleich machen daraus aus den ganzen bachen na als platten aus den platten stangen brauchen 100 ja man soll jetzt im platten machen dann ja wenn alles 100 platten herstellen ja hast du ein rad ab nee wieso und für den stangen herstellen zu erotisch ja ich glaube er ist er sich auf fünf stangen ausgehen dann könnte ich eine menge erstellen als ein kick kex noch jetzt platten herrscher wird ja viele hatte 440 ne 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 ja gefühle solch hier noch ein ding herstellen schräubchen und verstärkte eisenblatt was soll ich sonst den ganzen barren machen da kannst du doch noch hier mobile meiner herstellen und wie du brauchst du brauchst nicht auch stangen für noch sechs stück und platten siehst du das ist ja in arbeit da kann ich erst wenn du ja nicht wie viel aussehen wie viel kann es sieben hat doch leider gequiet so klein so stellen du kannst ja nichts kennen bei kupfer damit kommt gleich mit gelb ich habe gelb das war doch nur spaß rolle muss ich haben morgen und sexy damit stehen und dann um sex im 0 schönes bettchen gehen ja oder wenn ich fertig bin das wird dann spielen können nicht dauernd auf 40 minuten man ist jetzt 10 uhr 9 also im 11 und gefördert sind zwölf habe keinen sinn gelaufen rechts hoch dann ich eine müsste jeder wird na warte nähe war doch hochlaufen dann wo rechts geht es doch nur tunnel lang ein tunnel ist jetzt recht so die bieten langsam recht ab ja genau da hoch rechts 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 links wissen zu meinem profil laufen da sind die doch du roni hier platziert dahin nur ein oder passt da 300 leute passt ein hast du so wünscherei warum wieder hast du musst du machen was er gedrückt das hast du gedrückt da inventar aber wir haben das ganz dort gelegt man kann mit kuh und dann hier mal hat mit kuh dann gehst du auf produktion das weiter und dann auf meiner ja kann ich nie bauen kann nur meiner bauen mobile kann eben keins meiner dann müssen wir alles so holen erstmal nee warum kannst du denn hier aufstehen geht das natürlich klack 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 willst du übertreiben den habe ich geschlagnahmen ist meiner ich weiß dass wir es geht brauchst du nicht zum großen aufbauen jetzt für später dann oder klingel dass sie eine liebe wurscht besteht oder nicht doch wurscht will den klein dann ist in grün blau ich habe erhoben ich habe eingefallen wegen was das ist bestanden hat gemacht gab es nur platziert nebeneinander dann habe ich den augen schocken wofür ja warum so viele moment nimmt alle wieder mit den mag ich ein ach so was machen wir den schlachten oder was gehen wir schnell ich würde gar nicht mal ein ja auch gut schon fertig ja gut es waren sie gehört ja und müssen elektro schnick durch die schnappen die schnäcke ja kommand aber was ja die schnäcke halt und dafür will ich auch haben wie sie noch andere schnecken irgendwo ich weiß gar nicht wo die noch welche sind und wenn ich da reinlaufen sind spinnen ich dachte wegen alex ne soll man da reinlaufen nö kommst du zum hub und bin bei hub was da steht da keine ahnung was ist da stand wir sind eh passiv eingestellt mein rücken juckt gelb nur noch mal kurz dann bist du drauf drücken guck mal so town jes jes 3 4 foundation ja 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 aber nun habe ich da deine aufbaut was denn hier ein video das war doch der kleine jungen holt sich ein selber clean mit das ist eine beschreibung erstellt das ist doch nur kopiert und eingefügt er kommt wieder die kleine ja dann hast du das video erstellt samstag mani das steht nur auf meiner und frauen das wieder hat er das stand ja was da nicht gelesen keine ahnung ich danke würde also brauchen sie draht ja toll da kann ich eigentlich viel habe ich nicht mehr sind übermöse dann noch 40 erstellen nach oben muss noch nicht berechnen hat oben das ganze oben unter einem natürlich man ja das ist für verlernt heißt es nicht dass morgen ein briefchen kommt Ich weiß es ja nicht, ob morgen ein Briefchen kommt oder nicht. Aber hoffentlich von der Postbank. Sie weißt das? Ja. Äh, nee. Äh, 106 kann ich erstellen. Kannst du sagen? 6. Nur so wenig? Äh, ich kann 116 erstellen. Wie viel haben wir? 30. Das heißt nicht, glaube ich. Ja, ich kann doch welche erstellen. Das reicht aber, glaube ich, nicht, oder? Ja doch, ich kann nochmal 200 erstellen. Ach so, ja, dann passt das ja. Da reicht noch nicht ganz vielleicht. Ist dir wohl kalt? Ja. Weißt du, was da hilft? Kuscheldecke zu nehmen. Ui, finde ich ja bereit. Ja, kannst du doch anziehen. Ui, anziehen. Oder mach doch Fenster zu. Ui, anziehen. Kann man mal anders anziehen. Ui, anziehen. Ach, da ausziehen. Ach, da anziehen. 110 habe ich. Gut, dann tust du da rein. Brauch ich doch noch 200. Tschüss. Oder wie viel brauche ich hier? Knapp 200. Tschüss. Weiß ich, danke. Äh, ja. Äh, 160. 160. 160. Mhm. Stangen brauchen wir noch, sehe ich. Oder hast du die schon? Nee, habe ich nicht mehr. Ich habe noch genug Eisen dabei. Kann ich doch machen. Bis zum Umkippen. Und Schrauben kann ich auch herstellen. Reicht schon. Reicht schon. Ja. Was soll ich denn sonst machen, Ronald? Kann ich die Schrauben herstellen. Na, warte. Reicht das? Hey, freig, komm. Ja. Bleibt die? Genau. Genau. Was ist genau, was bleibt die? 23? Boah. Ist das laut, ey. Nur sogar ich das Geräusch. Einen Minuten dürfen wir jetzt warten. Oh. Ja, das ist viel Spaß beim Herstellen. Ich probiere ich Stangen und Schrauben, vor allen Dingen. Das brauchen wir ich Strauben. Ich komme nicht dran vorbei, jetzt kann ich auch Stangen herstellen. Ah, jetzt mit Platten braucht es, glaube ich. Na, und Stangen. Die Platten kannst du ja erstellen. Ich weiß nicht, Stangen. Soll ich die Stangen herstellen? Mhm. Da bin ich sogar gleich fertig. Ich habe schon 100 ab. Ich weiß nicht, nur Schrauben. Hm, ne, Eisenplatten. Achso. So, das reicht eigentlich anstrengend. 300, Schrauben. Ja. Was tust du da nebeneinander in die Kiste rein? Kiste. Ich dachte, die Dings werfen direkt. Nee, das geht doch noch nicht weiter. Ja, der Ding ist noch nicht da, der Punkt. Achso, stimmt hier. Bist du da nie los? Nein. Was machst du? Das ist die Joghurt. Du musst mich auch scheißen. Nee, noch nicht. Okay. Okay. Ja, etwas. Was ist denn mit dir machen? Äh, ne, noch nicht. Äh, ich bin noch nicht müde. so ja habe ich jetzt tust du es in der kiste ja genau die schraubis und die schrauben ja so was du brauchst noch draht musst du hin wieder hingehen ja und das weiß nicht aus wie wir sind groß aber dann soll ich mit dir kommen immerfalls richtung die richtung da ist eine schnecke oben kannst die schnappen da ist eine schnecke oben warte ist doch nicht hier nee konnte man das auch markieren oder nee ging auch nicht was musst du es da mit M machen so ich dachte man konnte irgendwas markieren auf dem boden oder so die schnappe nö 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 du brauchst du von dem ende okay in der lift kommt wieder das ist gebraucht das ding zu bauen nichts dass wir hochkommt dass er hier oben doch reisen was brauchen wir mal kupfer kupfer und platz hier alle deine maschinen die es gehen meine meiner meinst du hallo dann alles mit neben einander ich meine bitte nach links habe nur zwei drei vier sind meine mal runter ich habe meine methodik runter zu boxen ja viel spaß hallo nicht zu köln ist doch wusste doch zurück ja klar noch spannend we do Ah ha ha Fuck you Alter, lacht das wie nehmen wir das hast du ein toll wo sind wir? wo sind wir? das kann man auch machen die sind schon färbt ja weil du mich aufgebotzt hast hey du frisch sagst na guck mal wie das hier na der kann doch gleich auf den Dings fallen Bohrer hier im Bohren alles vom Nazis nichts oh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, kann ich ja nicht herstellen, ich habe keinen Eisen, äh Kupfer. Ja. Oh ja. Hast du alles? Nee. Okay. Äh, doch. Das war nix. Naja. Pfff, 1400 Teiler. Kann ich herstellen. Kupferwarren. Kupferwarren. Ja. Und wenn es so gefallen hat, lasst gerne ein Like. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier richtig ein Abo da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 odel. Tschüss. 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 My baby. Vielen Dank.